Die Emotional Book Search ist das Konzept für eine Online-Buchsuche, die auf Emotionen basiert. Das heißt, der Leser kommt auf eine Webseite, auf der die Emotionen per Text dargestellt werden und kann dann sich Buchsuchergebnisse anschauen, die den Leseprobe eines Buches zeigen und so kann er eine neue Art des Stöberns erleben.